Und in Berlin begrüße ich jetzt die Fraktionschefin der Linken, Sarah Wagenknecht. Guten Abend, Frau Wagenknecht. Guten Abend. Ja, wie es aussieht, scheinen sich in Berlin viele auf Rot-Rot-Grün zu freuen. Sie auch? Ja, ich freue mich erstmal, dass wir ein so gutes Ergebnis erreicht haben in Berlin. Das ist ein wirklich schöner Abschluss dieses Wahljahres für uns und natürlich Ermutigung fürs Nächste. Und jetzt wird es natürlich Verhandlungen geben. Auch unser Spitzenkandidat Klaus Lederer hat ja sehr klar gesagt, dass wir natürlich nur in eine Regierung gehen, wenn wichtige Dinge, die wir unseren Wählern versprochen haben, auch umgesetzt werden können. Und wir haben jetzt eine gute Ausgangsbasis, sehr selbstbewusst auch diese Verhandlungen zu führen. Und eine Ausgangsbasis, Ermutigung fürs nächste Wahljahr, haben Sie gerade gesagt, für die nächste Bundestagswahl? Ja, sicher. Ich meine, vorher wird es noch andere wichtige Wahlen geben und andere in Nordrhein-Westfalen, wo wir ja doch auch sehr klar darum kämpfen, nicht nur wieder im Landtag vertreten zu sein, sondern wirklich auch dort Politik mitbestimmen zu können. Wir brauchen dringend eine sozialere Politik in Nordrhein-Westfalen, aber dann natürlich auch für die Bundestagswahl. Weil unser Ziel ist natürlich, dass endlich in Deutschland sich politisch etwas ändern muss, dass diese jahrelange Politik, die die Ungleichheit immer mehr vergrößert hat und die über die Köpfe der Menschen hinweg regiert hat, dass das beendet wird. Und dafür drehten wir ein. Dann müssten Sie mit einer Partei zusammenarbeiten, nämlich der SPD. Die hat heute dem CETA-Abkommen zugestimmt, das Sie ja strikt ablehnen. Ja, ich finde das auch sehr enttäuschend. Ich muss auch sagen, die SPD tut natürlich alles dafür, ihre eigenen Wähler zu vergraulen. Und nicht zufällig müssen ja die Sozialdemokraten inzwischen wirklich schlechte Wahlergebnisse noch als Siege feiern. Ich freue mich darüber überhaupt nicht. Ich würde mir wünschen, dass sich die SPD wieder einmal darauf besinnt, was sozialdemokratische Politik ist. Und es ist völlig klar, also wenn wir in eine Regierung mit der SPD gehen, dann kann es natürlich weder solche Handelsabkommen geben, noch eine Fortsetzung von Lohndumping durch Leiharbeit, Dauerbefristungen, Werkverträge oder aber auch die ganzen Rentenkürzungen. Da müsste sich sehr, sehr viel ändern. Nur dann hat es allerdings auch Sinn, eine neue Bundesregierung zu bilden. Also das Gleiche weiter zu verwalten, die Ungleichheit weiter zu vergrößern, den Sozialstaat weiter zu zerstören. Dafür braucht es natürlich die Linke nicht. Jetzt hören wir wieder, was Sie an der SPD alles kritisieren. Aber wenn Sie sich auf ein rot-rot-grünes Bündnis im Bund einlassen, müssen Sie sich ja auch bewegen. Wo sind denn Ihre Kompromisslinien? Also über Kompromisse spricht man, wenn man über Koalitionen verhandelt. Aber eines ist, glaube ich, völlig klar. Rot-rot-grün ist ja nicht irgendein Farbenspiel. Sondern wir haben die Situation, dass eine Mehrheit der Bevölkerung das berechtigte Gefühl hat, es wird seit Jahren in diesem Land gegen ihre Interessen regiert. Gegen die Interessen der arbeitenden Mitte, gegen die Interessen der Ärmeren. Und eigentlich sind die Hauptprofiteure, das sind die oberen 10.000, das sind große Unternehmen. Und wenn die SPD natürlich das weiterhin als ihre politischen Prioritäten ansieht, eine solche Politik zu machen, dann ist sie an der Seite der CDU sehr gut aufgehoben. Dafür braucht es uns dann eben auch nicht. Aber ich höre, Oppositionen auf ewig scheint sie jetzt nicht mehr so sehr zu reizen. Bundesministerin Wagenknecht klingt ganz gut, oder? Ach, es geht mir nicht darum, ob hier jemand Minister wird. Sondern es geht darum, ob sich die Politik verändern lässt. Und ich sage mal, das sicherste Mittel, wer dieses Land nach links bewegen will, in eine soziale Richtung, ist natürlich, wenn wir gute Ergebnisse haben. Weil wir dann natürlich anders Druck machen können. Weil dann auch die SPD anders unter Druck gesetzt wird. Aber ob wir in der nächsten Legislatur mitregieren oder besser in der Opposition aufgehoben sind, das hängt natürlich auch von den anderen Parteien ab. Also wir werden uns nicht anbieten, als Mehrheitsbeschaffer einer ehemaligen Volkspartei, die ihre eigenen Wähler vergrault hat, wenn sie nicht wirklich ihre Politik verändern möchte. Vielen Dank, Frau Wagenknecht, für das Gespräch. Gerne.